Ich komme gerade von einem Synchrontermin und ich gehe auch wieder zu meinem nächsten Synchrontermin. Ich weiß nicht, wen ich spreche bzw. welchen Text ich spreche. Ich kenne auch meine Rolle nicht. Ich kenne den Projekttitel und ich kenne den Namen des Regisseurs, weil das alles auf meiner Disco steht. Genauso weiß ich, welche Uhrzeit ich natürlich anfange und welche Uhrzeit ich auch enden werde, hauptsächlich. Deswegen kann ich mir ungefähr ausrechnen, wie viele Takes ich vielleicht sprechen werde. Und ich kenne die Produktionsfirma. Ansonsten weiß ich nicht viel mehr und lasse mich gleich im Studio überraschen. Denn da werde ich auch das erste Mal das Manuskript lesen, werde auch wissen, welche Takes ich spreche und was für Texte. Und das ist immer wieder eine Überraschung.